Heute für euch, warum Dumbledore wusste, dass Quirrell in Wahrheit Voldemort war. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über Professor Quirinus Quirrell, seine Ernennung zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste und die spannende Frage, ob Elvis Dumbledore die ganze Zeit über wusste, dass Quirrell von Voldemort besessen war. Bevor wir das Video beginnen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like dazulassen. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife direkt mit dem Video starten. Quirinus Quirrell war ein Zauberer aus England, der in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er alt genug war, trat er als Schüler in die Hogwarts-Schule für Echzerei und Zauberei ein und wurde dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Er war ein ungewöhnlicher und sensibler Schüler, aber auch sehr talentiert. Er wurde oft gehänselt, was seine Ängste verstärkte. Seine Gefühle der Unzulänglichkeit führten dazu, dass er sich besonders für die dunklen Künste interessierte. Einen gefährlichen und komplexen Bereich der Magie, der ihm vielleicht die Aufmerksamkeit und den Respekt verschaffen könnte, nachdem er sich so lange Zeit gesehnt hatte. Während seiner gesamten Schulzeit zeigte er eine besondere Vorliebe für die dunklen Künste und schloss sein Studium in Hogwarts dann mit beeindruckenden Noten ab. Nach seinem Abschluss erhielt Quirrell eine Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts. Es ist unklar, wie lange er in dieser Position tätig war, aber während seiner Zeit als Professor hatte er den Ruf, äußerst neurotisch zu sein, vermutlich aufgrund des Mobbings, dem er in seiner Kindheit ausgesetzt war. Es ist bedauerlich, dass dies ihn bis ins Erwachsenenalter verfolgte und sich auf sein Verhalten auswirkte. Im Jahr 1990 nahm Quirrell ein Sabbatjahr und erzählte seinen Kollegen, dass er diese Zeit nutzen würde, um aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln, während er wirklich, eigentlich nach Lord Voldemort auf der Suche war. Er war äußerst neugierig darauf, was mit dem dunklen Lord geschehen war, der die Zaubererwelt so viele Jahre lang tyrannisiert hatte. Diese Reise allerdings sollte sein Leben für immer verändern und das zerstören, was von einem Mann übrig geblieben war, der seit seiner Jugend verfolgt wurde und immer Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten wollte. Er glaubte, dass er, wenn er Lord Voldemort aufspüren würde, endlich die Aufmerksamkeit erhalten würde, nach der er sich so lange gesehnt hatte. Und er fand Voldemort tatsächlich, aber die Dinge verliefen nicht ganz nach Plan. Voldemort berichtete später über Quirrell. Ein junger, törichter und leichtgläubiger Zauberer lief mir im Wald über den Weg, den ich zu meiner Heimat gemacht hatte. Er schien genau die Chance zu sein, auf die ich gewartet hatte, denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht zu beeinflussen. Er brachte mich zurück nach England und nach einer Weile nahm ich Besitz von seinem Körper, um ihn genau zu überwachen und meine Befehle auszuführen. Nach Quirrells Rückkehr von seiner Reise bemerkten die anderen Professoren in Hogwarts, dass er sich ein wenig verändert hatte. Hagrid erzählte von Quirrells Verhalten. Oh ja, der arme Kerl, ein genialer Verstand. Es ging so gut, solange er aus den Büchern lernte, aber dann nahm er sich ein Jahr frei, um aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln. Man sagt, er traf Vampire im Schwarzwald und hatte Ärger mit einer Hexe. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Als Quirrell schließlich nach Hogwarts zurückkehrte, unterrichtete er nicht wieder als Professor für Muggelkunde. Stattdessen übernahm er die Position als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Es war fragwürdig, dass Quirrell für diese Rolle ausgewählt wurde, insbesondere da der viel geeignetere Professor Snape die Stelle sofort angenommen hätte, wenn er gedurft hätte. Während des Unterrichts wurde auch den Schülern klar, dass Quirrell einen Mangel an Selbstvertrauen hatte. Warum ernannte Dumbledore dann also Quirrell zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Sollte Dumbledore nicht der weise, allwissende Zauberer sein, der niemals einen Fehler macht? Wie konnte er also eine solche offensichtliche Fehleinschätzung treffen? Verteidigung gegen die dunklen Künste erforderte nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch immense Charakterstärke und genau diese Charakterstärke fehlte Quirrell ernsthaft. J.K. Rowling erklärte einmal, dass Quirrell gut in der Theorie der Verteidigung und der Magie war, aber weniger geschickt in der Praxis. Das bedeutet, dass Quirrell nicht inkompetent oder unklug war, sondern einfach kein guter Praktiker der Magie, die er unterrichtete. Sein Schwerpunkt lag auf der Theorie der Magie. Obwohl es von Vorteil sein kann, das zu praktizieren, was man predigt, glaube ich nicht, dass es zwingend erforderlich ist. Ist ja in der normalen Universität bei uns auch so. Ich denke, dass Quirrells umfassendes Wissen im Bereich der dunklen Künste zusammen mit seiner Entschlossenheit zu lehren, ausreichend gewesen wäre, um Dumbledore von seiner Eignung für die Rolle zu überzeugen. Außerdem vermute ich, dass Dumbledore möglicherweise die ganze Zeit wusste, dass Quirrell wirklich von Voldemort besessen war. Da Dumbledore immer gewusst hat, dass Voldemort eines Tages zurückkehren würde, fällt es mir schwer zu glauben, dass Dumbledore nicht bemerkt hat, wie sich Quirrells Verhalten nach seiner Reise drastisch veränderte. Da die Stelle für Verteidigung gegen die dunklen Künste mit einem Fluch belegt war, den Voldemort selbst darauf gelegt hatte, wusste Dumbledore auch, dass etwas mit Quirrell geschehen würde. Obwohl Dumbledore ein Legilimentiker ist und in der Lage wäre, die Gedanken von Menschen zu lesen, glaube ich nicht, dass er Quirrells Besessenheit auf diese Weise aufgedeckt hat. Tatsächlich denke ich eher, dass es andersrum war. Ich vermute, dass Dumbledore unter normalen Umständen leicht in der Lage gewesen wäre, die Gedanken eines schwächeren Zauberers wie Quirinus Quirrell zu lesen und in ihn einzudringen. Allerdings würde ich erwarten, dass Voldemorts Geist unüberwindbar gewesen wäre, während er Besitz von Quirrell ergriffen hatte. Laut Voldemorts Beherrschung der Oclomantic hätte es dann unmöglich gemacht, durch Quirrells Geist zu navigieren, was ein großes Problem dargestellt hätte. Ich bin mir sicher, dass Dumbledore wusste, dass dunkle Magie im Spiel war. Am Ende von Der Stein der Weisen hätte sich Quirrell stark verändert, bis zu dem Punkt, an dem sein Stottern völlig verschwunden war. Es war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte und Dumbledore war der Erste, der dies bemerkte. Er wusste, dass Quirrell nach Albanien gereist war, dem letzten mutmaßlichen Aufenthaltsort von Lord Voldemort, und erzählte einfach eins und eins zusammen. Allerdings hatte er nicht genug Beweise, um Quirrell festzusetzen. Die Tatsache, dass Voldemort Besitz von Quirrell ergriffen hatte, kam Dumbledore jedoch zugute. Dumbledore wusste, dass Voldemort unbedingt seine körperliche Gestalt zurückhaben wollte und lockte ihn mit dem Stein der Weisen an. Der Stein war eine der wenigen Möglichkeiten für Voldemort, zu seinem früheren Ruhm zurückzukehren. Dumbledore erkannte dies und nutzte den Stein als Köder. Das Risiko, dass Voldemort auf diese Weise entdeckt wurde, war sehr gering, da er in seiner geschwächten Form nicht in der Lage war, den Stein alleine zu bergen. Dumbledore betonte, dass man sich im Spiegel sehen und den Stein wollen, aber nicht benutzen wolle, um ihn zu erlangen. Das heißt, man darf ihn quasi sehen, um ihn zu finden, aber man will ihn nicht benutzen und nur dann kann man ihn auch finden. Zusätzlich hatte Dumbledore Harry einen Jungen, der gegenüber Voldemort unverwundbar war. Er wusste, dass Harry wenig zu verlieren und viel zu gewinnen hatte, wenn Quirrell im Hogwarts-Schloss blieb. Es war ähnlich wie bei Lockhart, wo Dumbledore alles wusste, aber ihn einfach gewähren ließ, bis er sich selbst zerstörte. Vielleicht würde dies zur Festnahme eines gefährlichen dunklen Zauberers führen, der noch auf freiem Fuß war. Durch das Platzieren des Steins in Hogwarts wusste Dumbledore, dass Voldemort nicht widerstehen konnte, ihn zu holen. Es war der perfekte Plan, bei dem das einzige wirkliche Risiko darin bestand, dass Voldemort und Quirrell Harry benutzen würden, um den Stein für sie zu bekommen. Ein Szenario, das Dumbledore für höchst unwahrscheinlich hielt. In seinem Bemühen sicherzustellen, dass Harry den Stein nicht selbst beschaffen kann, zeigte Dumbledore ihm absichtlich zu Beginn des Schuljahres den Spiegel von Nehegepp. Als er Harry erwischte, wie er in den Spiegel schaute und sagte, dass er seine Eltern sieht, bestätigte dies für Dumbledore, dass sein Plan sicher war und dass Harry nicht in der Lage sein würde, den Stein zurückzuholen und somit ein geringes Risiko darstellte. Dumbledore führte Harry auch in die Kerkerräume, da er wusste, dass Harry aufgrund des Liebesabfass seiner Mutter eine gute Chance hatte, den dunklen Lord zu besiegen. Aber wie wir alle wissen, liefen die Dinge nicht genau nach seinem Plan. Bevor wir das Video beenden, noch eine Frage. Denkt ihr, Dumbledore wusste die ganze Zeit, dass Quirrell von Voldemort kontrolliert wird? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.